Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Microsoft Teams Videoserie. Diesmal auch wieder zu Microsoft Teams als Plattform und wir wollen uns diesmal anschauen, wie es um den Bereich Genehmigung ausschaut. Stellen wir uns zunächst einmal vor, mein Name ist Thorsten Pickern. Ich bin Microsoft UC Consultant, seit gut sieben Jahren in dem Bereich unterwegs. Das heißt, mein Schwerpunkt liegt im Bereich der Microsoft Teams Telefonie. Hierzu haben wir auch schon ein paar Videos gedreht. Wenn Sie gerne mal reinschauen möchten und das Thema für Sie interessant ist, gerne anschauen. Und ja, Microsoft Teams als Plattform berührt mich natürlich auch, auch wenn es nicht mein Schwerpunktthema ist. Nichtsdestotrotz bin ich froh, heute hier zu sein und meinen lieben Kollegen, den Marvin, begrüßen zu dürfen. Marvin, vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Ja, danke Thorsten. Genau, ich bin der Marvin, Marvin Bangert. Ich bin nicht im UC-Bereich tätig, sondern ich komme aus der SharePoint-Welt. Damals noch SharePoint On-Premises Server und beschäftige mich seit vielen Jahren aber auch schon mit SharePoint Online und den ganzen Modern Collaboration-Themen rund um Microsoft 365, wie eben SharePoint oder auch Microsoft Teams. Und darüber hinaus eben beschäftige ich mich auch mit den Low-Code-Lösungen aus der Microsoft-Welt, mit der sogenannten Power-Plattform, wo wir ja auch schon jetzt einige Videos zu gesehen haben. Genau. Perfekte Überleitung. Das heißt, das ist ein Video hier aus einer mehrteiligen Serie. Wir haben eben einen Teil, wo es rein um Microsoft Teams als Plattform und unsere Grundlagen geht, damit wir einfach sehen, was geht in dem Bereich Microsoft Teams, wenn wir die Plattform erweitern wollen, um Konnektoren, um Apps. Daher ist natürlich auch die Power-Plattform ein wichtiges Thema. Dazu gab es auch, meine ich, ein dediziertes Video, wo du mit dem Adrian unterwegs gewesen bist. Und Power-Plattform als solches bietet natürlich auch jede Menge Möglichkeiten, eben unsere Teams-Plattform an der Stelle zu erweitern. Auch heute gucken wir einen kleinen Teil von Power-Plattform an, nämlich wie es um Genehmigungen geht oder ausschaut im Bereich Microsoft 365. Und somit starten wir, würde ich sagen, mit den Grundlagen, damit wir alle auf einem Level sind, bevor wir dann in die Demos reinschauen. Ja, Marvin, Genehmigungen in Microsoft 365. Was ist es, was kann es? Ja, generell ist es sicherlich auch schon mal passiert. Du hast vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, einen Vertrag oder einfach nur, dass du etwas genehmigt haben musst von deinem Vorgesetzten oder von der Geschäftsführung oder von einfach irgendeiner Person zu einer Rechnung oder zu deinen Anfragen, die du so hast. Und ja, Microsoft Teams beziehungsweise die Genehmigungen, die Funktionen, die wir in Microsoft Teams drin haben, ermöglicht es eben, Genehmigungen an solche Personen zu schicken. Wir können das Ganze frei gestalten. Also es ist auch nicht festgelegt auf ein konkretes Thema, sondern wir können einfach verschiedene Genehmigungen abdecken über den kompletten Prozess, der damit dranhängt, dass eine Person etwas zugeschickt bekommt, was sie dann einfach genehmigen kann und wir das Ganze protokolliert haben und das Ganze auch wieder zurückgesendet bekommen. Das heißt, über Genehmigungen oder Approvals, wie es im Englischen heißt, haben wir eben ein perfektes Werkzeug, um eben vielleicht diesen Legacy-Prozess von ich gehe dreimal durchs Büro und hole mir irgendwelche Unterschriften oder ich schicke E-Mails und hinterher kann sich kein Mensch mehr daran erinnern, wer denn jetzt die Freigabe erteilt hat, ist das eben die passende Antwort aus dem Microsoft 365 Cosmos, um so einen Genehmigungsprozess von A bis Z vollständig zu digitalisieren und abzubilden. Das heißt, wir haben hier eben verschiedene Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Wir können auch Dokumente anfügen, Dateien anfügen, die zur Freigabe notwendig sind und dadurch haben wir hier eben jede Menge Möglichkeiten. Sind wir denn in irgendeiner Form eingeschränkt, Marvin, was jetzt das Thema Plattformen betrifft? Also kann ich das jetzt nur an einem Windows-Desktop-Client benutzen? Kann ich das von überall aus machen? Ich glaube, man vermutet schon die Antworten aufgrund meiner Fragen, aber nichtsdestotrotz. Ja, was geht da? Genau, also wir können im Grunde von jeder Plattform aus zugreifen. Wir haben das Ganze sowohl in unseren Microsoft Teams-Client integriert als auch im Webbrowser verfügbar. Wir können das Ganze über unser Smartphone aufrufen, dass wir in der Teams-App das Ganze integriert haben. Oder falls aus welchen Gründen auch immer man Teams vielleicht dann nicht öffnen möchte, kriegen wir das Ganze auch nochmal als E-Mail zugesendet, dass wir es auch aus einer E-Mail heraus antworten können und haben da genau dieselben Funktionalitäten aus den verschiedenen E-Mail-Programmen, aus dem Webbrowser heraus, um das Ganze dann auch zu beantworten. Perfekt. Und am Ende des Tages, auch hier wieder, das Ganze wird eben synchron gehalten. Das heißt, auch wenn ich eben den Approval oder die Genehmigung per E-Mail und in der Teams-App aufrufe, je nachdem, welches von beiden ich die Genehmigung erteile, wird eben auch dieser Status synchron gehalten. Das heißt, auch in meiner Outlook-Anwendung wird eben dieser Approval als genehmigt angezeigt. In Teams wird er als Approval oder das Approval als genehmigt angezeigt. Das heißt, auch da haben wir eben einen synchron durchgängigen Status. Ja, dann, ja, ich glaube, das Thema als solches ist eigentlich ein altes Thema. Aber DocuSign ist relativ neu dabei, meine ich zumindestens, digitale Signaturen. Das heißt, ich kann auch eben mit diesen beiden Erweiterungen, DocuSign oder eben DocuSign in Verwendung, ja, digitale Verträge digital zeichnen. Genau, richtig. Was du gerade schon gesagt hast, ich muss nicht mehr mit dem Dokument, was ich dann vielleicht digital habe, das ausdrucken und damit dann durch das Büro oder in irgendwelche Fächer legen oder sowas, damit da auch wirklich eine Unterschrift drauf ist, sondern ich nutze dann die Funktionalitäten von Adobe und DocuSign, dass ich da dann auch sagen kann, das wird an die Person geschickt und sie können das Ganze dann eben mit einem Stift auf ihrem Tablet, auf ihrem Smartphone dann mit dem Finger unterzeichnen und das Ganze wird dann eben auch mit an diese Genehmigung drangehängt. Super. So, dann haben wir auch die Möglichkeit, eben Vorlagen zu nutzen oder eben Vorlagen auch zu kreieren und zu verwalten, wenn wir eben für bestimmte Prozesse bestimmte Daten vorsehen, wie zum Beispiel, wir wollen für einen Kunden einen Rabatt einräumen. Dann ist natürlich interessant, dass für die Fachabteilung oder für denjenigen, der es freigeben soll, ein paar Kennzahlen dabei sind. Warum soll es eben diesen Rabatt geben? In welcher Höhe soll es den Rabatt geben? Wie lange soll dieses Angebot zum Beispiel gültig sein? Und da können wir dann eben wiederum Vorlagen für kreieren und auf diese Vorlagen können dann unsere Anwender zugreifen und dann ein Approval oder eine Genehmigung für einen Discount eben, meine Güte, dieses Denglisch, eine Genehmigung für einen Rabatt einholen. Ja, richtig. Super. Ja, dann haben wir jetzt viel in der Theorie gelernt und ich würde sagen, wir gucken uns das mal in einer kurzen Demo an. Soll auch nicht lange dauern. Es ist am Ende des Tages, und das ist das Gute, keine Raketenwissenschaft, die hier stattfindet, sondern das Ganze ist relativ einfach für den User zu gestalten. Ich habe dazu mitgebracht meine Megan, glaube ich. Heute habe ich die Megan dabei. Jawohl. Heute haben wir die Megan dabei. Sie ist hier im Microsoft Teams Web Client unterwegs und was Sie hier sehen, ist im Prinzip schon die Genehmigungs-App, die wir eben in unserem Microsoft Teams Client finden. Und auch diese App ist relativ einfach aufgebaut. Sie sehen schon, wir haben hier erstmal grundlegend unsere Genehmigungen. Wenn wir denn Adobe Sign oder DocuSign nutzen, haben wir auch diese beiden Rubriken hier im Zugriff. Wir sehen schon, dass wir uns für diese Third Party entsprechend anmelden müssen. Wir bleiben jetzt im normalen Approval von Microsoft Teams. Und zum einen sehen Sie jetzt hier die Historie. Das heißt, alles, was bisher an Approvals versandt worden ist und wo wir auf eine Freigabe warten, sehen wir auf der einen Seite hier. Und hier oben können wir auch nochmal zusätzlich filtern an Freigaben, die wir erhalten haben und auch auf Freigaben, die wir eben rausgesendet haben oder erstellt haben, wo wir entsprechend vielleicht noch auf eine Freigabe warten. Und wie das Ganze ausschaut, schauen wir uns hier an, indem wir auf neue Genehmigungsanforderungen gehen. Als allererstes, was hier auffällt, Microsoft verbessert auch diesen Service kontinuierlich. Das heißt, es gibt hier schon ein Update in Form der Ansicht. Ich kann auch entsprechend zwischen der alten und der neuen Ansicht sehr komfortabel hin- und herschalten. Wie ich finde, ist die neue Ansicht wesentlich aufgeräumter, wesentlich strukturierter. Und was man jetzt hier eben sieht, ist, dass wir eine Basisanforderung erstellen wollen. Wir können aber eben auch hier unten eben auf die entsprechenden Vorlagen zugreifen, die das Unternehmen für uns erstellt hat. Wenn wir bei der Basisanforderung bleiben, dann klicken wir da drauf. Wir müssen hier entsprechend einen Namen geben. Wir müssen die zur Genehmigung der Person auswählen. Das ist in dem Augenblick der Alex. Wenn wir eben mehrere genehmigende Personen haben, dann können wir hier unten noch entsprechend einen Schalter aktivieren oder deaktivieren, ob eben ich von allen Personen, die ich zur Genehmigung ausgeschrieben habe, eine Antwort erwarte oder ob es ausreicht, wird mir eine Person diesen Vorgang entsprechend genehmigt. Ich kann hier noch ein paar Detailinformationen ergänzen, aber man sieht, das ist kein Pflichtfeld. Und theoretisch kann ich hier auch noch entsprechend eine Anlage hochladen, entweder von meinem lokalen PC oder aus dem OneDrive. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Dokument habe, was ich ganz gerne freigegeben haben möchte, irgendein Financial Report, wird das natürlich auch entsprechend wieder als Link freigegeben, sodass ich nicht unnötig Daten erzeuge, Datenvolumen. Und ja, dann gehe ich hier auf Senden. Und damit wird dieser Approval-Request rausgeschickt. Und jetzt muss ich darauf warten, dass Alex zustimmt oder eben auch nicht zustimmt. Mir auf jeden Fall ein Feedback gibt. Während wir hier darauf warten, vielleicht nochmal kurz, Marvin, worauf passiert das Ganze jetzt? Wir sagten gerade schon, das ist Power Platform, was da im Hintergrund für uns arbeitet. Nicht zu technisch, aber was steckt dahinter ein bisschen? Im Hintergrund haben wir Power Automate. Das ist eine Funktionalität aus Power Automate. Im Grunde genommen kann man eben sagen, es stecken viele verschiedene Komponenten aus Power Automate da mit drin. Einerseits müssen natürlich solche Anträge auch irgendwo gespeichert werden, dass wir natürlich auch nachvollziehen können, dass sie irgendwann gestellt wurden und wer sie beantwortet hat und wann sie beantwortet wurden. Und dann können wir das Ganze eben auch in Power Automate weiterverwenden, dass wir dann auch wieder nutzen können, wenn wir etwas komplexer werden, dann unsere Prozesse mit Power Automate auch zu erweitern und da auch genauso eine Genehmigungsanfrage zu senden, die dann von verschiedenen Personen beantwortet werden kann. Ja, super. Ja, das gucken wir uns ja gleich auf jeden Fall noch an. Ja, wir sehen jetzt hier bei dem einfachen Prozess, dass hier das Thema jetzt offen ist. Das heißt, wir können hier auch nochmal draufklicken und sehen eben, dass es um diese Word-Datei geht, dass das Ganze entsprechend an den Alex Wilber rausgegangen ist. Ich war derjenige, der das entsprechend angefordert hat. Und wenn wir dann jetzt nochmal auf den Alex wechseln, das habe ich hier in einer anderen Browser-Session geöffnet, auch hier ist der Teams-Client aktiv. Und wie wir sehen, sehen wir aktuell noch nichts. Wir schauen mal gerade. Da ist er. Einmal die Seite aktualisieren hilft. Das heißt, wir haben jetzt hier diesen Freigabeprozess oder diesen Genehmigungsprozess erhalten. Vom Status her ist er auch beantragt. Das heißt, wir haben ihn noch nicht beantwortet. Wir sehen eben, wann dieser Antrag reingekommen ist, von wem der Antrag gestellt wurde. Auch hier in den Aktivitäten ist entsprechend einmal die Lampe angegangen und der Genehmigungsprozess als solcher startet sich dann auch automatisch. Und ja, jetzt können wir hier einmal das Dokument natürlich öffnen auf der einen Seite und reinschauen, was steht da eben drin. Sind wir mit dem Inhalt einverstanden? Ja, nein. Und dann können wir hier unten noch unseren Kommentar ergänzen, wenn wir denn möchten und dann entsprechend ablehnen oder genehmigen oder erneut zuweisen. Ich glaube, dann können wir es wiederum an andere Personen weiterdelegieren und sagen, bitte entscheide du das. Ich kann es aktuell nicht, weil es ist nicht mein Fachbereich, nicht meine Zuständigkeit, was auch immer. Genau, kann sich ja durchaus nochmal ändern, dass man sagt, da muss man auch nochmal andere Leute dazuholen, bevor das entschieden werden kann. Und da können wir das Ganze auch erneut zuweisen. Und ich finde gerade auch diese Aktivitäten halt richtig toll, dass wir eben nicht aktiv immer wieder in die Genehmigungs-App rein müssen, um zu gucken, haben wir was Neues, sondern wir werden sofort benachrichtigt, sobald eine neue Genehmigung reinkommt und sehen das Ganze auch immer im Aktivitäten-Feed. Genau, super. Das heißt, wir genehmigen jetzt mal das Dokument, ohne es gesehen zu haben. So sollte man es natürlich im reellen Leben nicht machen, sondern besser erst einmal schauen, was da dann passiert ist. So, und ja, jetzt sehen wir hier, Marvin, Genehmigung erst halt. Super. So einfach ist das. Das heißt, hier sehen wir den Status, es wurde eben genehmigt. Wir können uns das natürlich auch nochmal aufrufen. Auch hier ist es eben kenntlich, wir haben hier den Ton jetzt abgedreht, normalerweise kommt dann auch nochmal ein kleiner Plinkton irgendwie. Und hier ist es entsprechend auch gekennzeichnet worden, genehmigt, genehmigt durch. Alex Wilber um 16.26 Uhr, heute am 31.03. Wenn wir wieder zurückspringen zur Megan und auch hier einmal die Ansicht aktualisieren, dann sehen wir auch hier, dass der Prozess eben genehmigt worden ist und somit ist das Thema durch eigentlich. Und auch da wieder eine Aktivität, die wieder rausgesendet wurde. Also wir werden auch immer benachrichtigt, dass zum Beispiel jetzt hier der Status Approved erreicht wurde und die Genehmigung dafür erteilt ist und wie gesagt, ich nicht aktiv immer was machen muss, sondern dann auch von Microsoft Teams automatisch darauf hingewiesen werde. Ja, super. Ja, das war die kurze Demo. Springen wir wieder zurück in unser Folien-Set. Hier wollen wir uns als nächstes anschauen. Das war jetzt quasi der einfache Genehmigungs-Workflow, den ich bedienen kann, weil ich bin nur Teams-User und brauche keine Low-Code-Anwendung. Wenn das Ganze aber ein bisschen komplexer werden soll, Marvin, dann haben wir natürlich auch hier entsprechende Möglichkeiten, indem wir eben einen erweiterten Genehmigungs-Flow starten. Und dazu wirst du uns was sagen und dann gleich auch was zeigen. Genau. Schauen wir uns erstmal kurz die Theorie an. Ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten oder Szenarien, in denen sowas vorkommen kann, dass wir eben nicht manuell einen Prozess starten, sondern was vielleicht automatisiert passieren soll. Sei es, irgendwo wird im Hintergrund was in einer Datenbank geschrieben, irgendwo wird ein Dokument hochgeladen. Und wenn dieses Dokument an einer bestimmten Stelle hochgeladen wird, dann soll immer automatisch eine neue Genehmigung starten. Das kann natürlich auch beliebig komplex sein. Wir können da auch beliebig viele, dass wir nacheinander dann verschiedene Genehmigungen zum Beispiel auch einholen. Und ja, das Ganze funktioniert dann eben mit Power Automate, dass wir mit einem Flow das Ganze dann automatisieren können, wie wir es hier auf der rechten Seite in dem kleinen Screenshot sehen. Und Power Automate, beziehungsweise ein Flow, den wir dann eben erstellen, basiert eben auch auf einer Low-Code-Lösung, die wir dann nutzen können, um Daten, Informationen, Prozesse zu automatisieren. Und dann auch genau solche Komponenten wie die Genehmigungen damit reinzubringen, um das Ganze dann automatisch zu machen und keine Person mehr aktiv das Ganze ausführen muss, wie du es gemacht hast, sondern du wärst vielleicht hingegangen, hast das Dokument in einem SharePoint-Ordner irgendwo abgelegt und dann wäre ein neuer Prozess gestartet worden, der das Ganze automatisch ausführt, ohne dass du noch etwas angeben musst. Genau. Was wir hier eben jetzt sehen in dem Schaubild, das ist zum Beispiel eine Lösung, die wir von Glycania GAB entwickelt haben, um inaktive Teams, die es immer wieder im Tenant gibt, aufzuspüren. Und wenn wir ein inaktives Team gefunden haben, einen Genehmigungsprozess zu starten zu den Besitzern des Teams, die dann eben entscheiden können, ob dieses Team archiviert werden soll oder ob es nicht archiviert werden soll, ob das eben was damit passieren soll. Aber ich glaube, du hast auch einen interessanten Fall mitgebracht, nachdem wir uns live in der Demo einmal anschauen wollen. Ja, gerne. Wir haben jetzt hier einmal das Beispiel mit Dataverse for Teams. Dataverse for Teams selber ist, ja, man kann sich vorstellen wie eine sehr komplexe Datenbank, die aber genutzt werden kann für auch einfache Anwendungsfälle. Also im Hintergrund steckt sehr viel komplexes Zeug, worum sich Microsoft wieder kümmert. Und wir als eher Citizen-Developer, also dass wir keine professionellen Entwickler sind, aber dass wir die Möglichkeit haben, da auch Informationen abzulegen. Das ist jetzt hier in dem Fall einfach, dass die Aktion, die ich hier verwendet habe, aus den anderen Videos, wenn Sie die vielleicht gesehen haben, kriegen Sie das Beispiel auch nochmal hin. Es geht um Homeoffice-Ausstattung. Also wir sind alle ins Homeoffice gewechselt und nicht jeder hatte vielleicht die optimale Ausstattung in seinem Homeoffice, dass er vielleicht nochmal anfragen konnte, ich brauche einen neuen Monitor, ich brauche einen neuen Stuhl etc. Also quasi einen Beschaffungsantrag. Genau, wie eine Art Beschaffungsantrag, dass ich einfach da Anträge stellen kann und die ausgefüllt werden. Und das Ganze haben wir dann in anderen Videos eben über eine App, dass wir da ein Formular hatten, was ausgefüllt wird, mit den verschiedenen Informationen, dass wir eine grafische Oberfläche noch hatten für diese Anforderungen oder dass wir das Ganze auch über ein Chatbot gemacht haben. und im Hintergrund steckt er dann einfach immer, sobald ein neues Element erstellt wurde in irgendeiner Datenbank, in irgendeiner Form, dann wird dieser Flow hier gestartet. Also es gibt immer einen Trigger und sobald diese Bedingung erfüllt ist, startet dieser Flow und läuft dann hier über diese einzelnen Prozesse dann durch. Wir können hier an verschiedenen Stellen dann Informationen und Aktionen hinzufügen und eine dieser Aktionen wäre zum Beispiel hier Start and Wait for an Approval, indem wir dann sagen können, wie du es gerade auch gemacht hast, Genehmigung und Ablehnen. Die erste Antwort entscheidet. Also ich kann das vielleicht an mehrere Personen schicken, aber die erste Person, die auf Approve oder Reject klickt, die wird genommen und danach läuft der Prozess weiter und dieser Flow wartet an dieser Stelle, bis ein Ergebnis zurückgekommen ist. Hier können wir jetzt noch weitere Informationen angeben, wie zum Beispiel Details, was steckt da wirklich noch mit hinter. In dem Fall, was für ein Equipment hat er sich ausgesucht und was für ein Kommentar wurde eventuell noch mit angegeben. Und danach können wir zum Beispiel eine Bedingung hinzufügen, die sagt, wenn das Ergebnis Approved ist, dann aktualisiere das Ganze natürlich auch, dass wir hier das Ganze als Approved wieder zurückschreiben in unsere Datenquelle und können so unseren gesamten Prozess dann auch automatisieren, dass wir die Möglichkeit haben, ein Approval in unseren Flow mitzubringen. Und ja, wie gesagt, im Hintergrund sieht es genauso aus wie bei dir. Es wird einfach nur ein Approval gesendet. Ich sehe in Teams die Aktivitäten, dass das angezeigt wird. Ich kann das Ganze dann wieder bestätigen und wir haben da die Integration in Microsoft Teams wieder mit der Approved Funktionalitäten in einem Power Automate Flow. Das heißt, der Prozess als solche kann beliebig komplex werden. Du sagtest es mit Entscheidungen, die der Prozess für uns nimmt, auf Basis der Antwort, die gefällt wird. Das kann man eben auch beliebig wieder weiter stricken, das ganze Thema. Ich selber habe mir auch so ein Ding tatsächlich gebaut, um eine Spesenabrechnung zu vereinfachen, wenn wir irgendwo tanken gehen etc. pp. mit To-Do, dass ich eine Aufgabe im Outlook erstellt bekomme, damit ich nicht vergesse, diese Tankfüttung einzureichen. Also es kann beliebig komplex werden, aber ich finde das Schöne ist ja, der User selber sieht am Ende des Tages nur das, was in Teams sich abspielt und der sieht gar nicht die Komplexität dahinter. Und auch das, was du jetzt hier präsentierst, ist natürlich ein gutes Beispiel für Komplexität und wie es funktioniert. Also Komplexität ist ja nicht mal was Schlechtes, sondern zeigt einfach auch die Möglichkeiten, die wir haben. Aber auch ein normaler User kann ja in Flow beliebig Aktionen ausführen auf eine E-Mail, die er erhält in seinem Outlook-Postfach, auf eine Datei, die er in seinem OneDrive hochlädt und das alles eben Assistenten gestützt, sodass es dann doch wieder sehr einfach ist, obwohl es sehr komplex wirkt irgendwie. Genau, richtig. Also wir können im Grunde genommen fast alle Szenarien, die man irgendwie hat, alle Prozesse, die es so gibt, automatisieren oder in größten Teilen automatisieren und das Ganze dann eben auch über Power Automate abbilden. Wie gesagt, es kann Approval darin vorkommen, es muss nicht unbedingt, aber in den meisten Fällen macht es natürlich Sinn, gerade wenn es natürlich sehr komplex wird, dass man vielleicht sagt, wir brauchen einfach nochmal eine Bestätigung einer Person, die das Ganze dann genehmigen muss, bevor es vielleicht auch in andere Systeme reingeschrieben wird, wenn wir mehrere Systeme miteinander verbinden und mehrere Prozesse einfach auch automatisieren. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt, was man mit Power Automate machen kann. Das hört sich doch gut an. Gut, springen wir zurück in die Folien. Ein paar Slides haben wir noch. Und zwar geht es weiter mit den Genehmigungsvorlagen. Wie eingangs schon erwähnt, das ist eben eine großartige Möglichkeit. Wenn wir den Prozess standardisiert haben, wäre es natürlich auch super, wenn wir eben den Genehmigungsantrag, nenne ich es mal, standardisiert haben, damit es unseren Endanwender natürlich möglichst einfach fällt, die notwendigen Daten zu hinterlegen, damit dann auch die Genehmigung für den Urlaub klappt oder die Genehmigung für einen neuen Bildschirm erteilt wird oder, oder, oder. Und ja, dafür können wir eben Vorlagen nutzen. Das heißt, wir können unsere eigenen Vorlagen erstellen. Das ist eben den Teambesitzern oder den Administratoren vorbehalten. Und ich kann hier entweder auf einen Vorlagenpool von Microsoft zurückgreifen, wie wir es jetzt hier auch eingeblendet sehen. oder ich kann eben, wenn ich sage, das ist jetzt grundsätzlich nichts, was ich brauche, kann ich eben auch von Scratch auf mit einer leeren Vorlage starten und wirklich komplett bei Null anfangen, was das Thema Vorlage betrifft. Wie sieht das aus, wenn wir das verteilen wollen? Also kann ich das dann immer nur für das gesamte Unternehmen oder ist das dann immer nur für mich oder wie läuft das dann? Man könnte glatt meinen, wir werden abgestimmt. Jetzt hätten wir uns vorbereitet. Es ist tatsächlich so, dass es eben verschiedene Genehmigungstypen gibt, die ich bei Auswahl dieser Vorlage definieren kann. Das heißt, ich kann eben sagen, das ist jetzt eine entsprechende Vorlage, die organisationsweit zur Verfügung stehen soll für alle Mitarbeiter in meinem Unternehmen oder meines Tendents eben. Ich kann sagen, das soll nur für bestimmte Mitarbeiter zur Verfügung stehen oder ich kann eben auch sagen, ich möchte das ganz gerne für mein Team ausrollen und dementsprechend ist dann der Personenkreis eingeschränkt oder nicht eingeschränkt, je nachdem, was ich auswähle. Okay. Und ja, wenn es dann entsprechend, ah, hier nochmal ein Beispiel, wenn ich eben von Stretch Off quasi starten möchte oder auch ich eine Vorlage ausgewählt habe von Microsoft, kann ich das im Nachgang trotzdem noch bearbeiten und anpassen, bestimmte Felder hinzufügen und so sieht das Ganze dann aus. Das heißt, ich habe hier den Formularentwurf und kann dann wirklich verschiedene Felder hinzufügen, ob das ein Textinput ist oder ein Auswahlfenster, ein Uploadfenster. Ich habe hier eben verschiedene Formularmöglichkeiten, entsprechend das Ganze zu gestalten. Und ja, so sieht es dann am Ende des Tages aus, wenn ich eben mein Formular freigegeben habe, ob im Team oder organisationsweit, habe ich oben eben die Möglichkeit, auf den Reiter Vorlagen zu wechseln und dementsprechend werden mir dann die Vorlagen angezeigt, auf die ich eine Berechtigung habe. Ja, sehr cool. Eine sehr praktische Geschichte, wie ich finde. Auf jeden Fall. Ja, das war es schon. Wieder kurz und knackig. Genehmigungen mit Microsoft 365. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank, Marvin, für deine Zeit heute. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal, Thorsten. Vielen Dank.